Hallo YouTube und herzlich willkommen zu eurem Review zur Tokashina. Moin Seekräuter und Wohnzimmerkapitäne. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr habt jetzt Bock hier mit mir, euch die Tokashi mal ein bisschen genauer anzugucken in unserem Review. Wir wollen sie so ein bisschen auseinandernehmen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und so weiter. So wie ihr unsere Schiffseinweisung hier auf unserem Kanal eben schon kennt. Das Erste, was ich euch mitteilen möchte, ist, dass dieses Schiff eine Belohnung sein wird. Und zwar, wenn man den Battle Pass bis Stufe 50 durchspielt, und zwar die Bezahlversion des Battle Pass. In der PTS-Version kostete die Bezahlversion 2500 Dublonen und dann musste man eben 50 Stufen vervollständigen. In dem Development Block zum Update 01110 haben sie allerdings von 40 Stufen geredet. Deswegen müssen wir da einfach mal gucken, ob es nur 40 oder 50 Stufen sind. Am Ende soll es dann wahrscheinlich die Belohnung für die letzte Stufe in dem Battle Pass eben sein. Und nochmal ganz kurz zum Stichwort Battle Pass. Wenn euch das nichts sagt, dann könnt ihr euch natürlich gerne informieren. Wir haben dazu zwei Videos hier bei uns auf dem Kanal gemacht, wie der Battle Pass funktioniert und wie der in Zukunft halt aussehen wird. Geschichtlich gesehen hat mir der Chronogramm da wieder ein bisschen unter die Arme gegriffen und ich zitiere ihn hier gerne. Die Tokashi stellt ein potenzielles Refit für die Furutaka-Klasse mit 127 Millimeter-Geschützen dar. Sowohl ein Entwurf aus den späten 1920ern oder frühen 1930er Jahren sein, da hier eben noch die klassischen Brückenaufbauten der Furutaka-Klasse bestehen. Jetzt lasst uns mal zusammen auf die Panzerung schauen, die ich jetzt hier vorbereitet habe. Aber im ersten Moment muss ich gar nicht sagen, für einen ultraleichten Kreuzer, weil wir haben hier am Ende nur 127 Millimeter-Geschütze, sind wir ziemlich gut aufgestellt von der Panzerung her. Wir haben hier einen großen Teil der Panzerung von der Furutaka auf T5 übernommen und ich habe extra nochmal nachgeguckt. Auch diese Furutaka hat eine 48 Millimeter-Deck und dementsprechend schwer ist es da eben zu penetrieren und bietet halt auch Abprallwinkel gegen alle Granatengrößen, die es in World of Warships gibt. Genauso hier auch an der Seite die 76 Millimeter Ziededellen-Panzerung. Wenn ihr euch winkelt, habt ihr da gute Chancen halt einem schweren Treffer aus dem Weg zu gehen. Hier haben wir 25 Millimeter, das ist dann overmatchbar ab 358 Millimeter Kaliber AP-SAP-Granate und hier haben wir nur 13 Millimeter. Auch das ist jetzt eine krasse Überraschung. Die werden dann schon overmatched ab 186 Millimeter AP-SAP-Kaliber. Und das bedeutet ganz einfach, dass auch schon auf Stufe 6 zum Beispiel die schweren Kreuzer oder Stufe 7 hier diesen Teil der Panzerung sogar ignorieren können, wenn die mit AP auf euch schießen. Am Ende also Beschuss ausweichen ist die große Devise. Hier hinten ist es übrigens mit den 13 Millimeter ganz genauso. Ich nehme jetzt mal die Sachen hier weg und dann sehen wir, wie es hier hinter aussieht. Da sind 6 Millimeter, da guckt Barbetten-Panzerung von 57 Millimeter raus. Das ist aber kreisrund, also bietet auf jeden Fall gut Abprallwinkel. Und hier vorne ist es ganz genauso. Wenn wir dann noch die Phase Matte rausnehmen, dann seht ihr noch was übrig bleibt. Ich nehme die Aufbauten auch mal kurz weg. Und dann sehen wir, dass wir hier 6 Barbetten haben und dann eben die Türme oben rausgucken. Und der Rest ist Zitadelle, der jetzt hier noch eingeblendet dann ist, wenn wir diese Barbetten hier noch wegnehmen. Und die Zitadelle ist natürlich groß und prägnant, einfach zu erreichen, aber auch deutlich über Wasser. Aber wie ich eben schon sagte, auf jeden Fall Wendigkeit ausnutzen, aufgehen, zugehen. Das müsst ihr mit einem ultraleichten Kreuzer sowieso immer euch groß bemühen. Vorteil ist hier, frontal ist es auf jeden Fall nicht ganz so einfach, da reinzukommen. Also da in den Bereich reinzukommen, weil davor eben noch die Barbetten der Türme stehen. Die Empfindlichkeit gegen HE-Beschuss ist natürlich an den prägnanten Stellen wieder zu haben. Hier Achterdeck, Bug und auch bei den Aufbauten. Hier an den Seiten kann es eben auch bei der Kasamatte mit den 25 Meter ausreichen, dass ihr da eben penetriert werdet mit HE-Granaten. Ja, und das ist eigentlich das Wesentliche, was wir zur Tokashi sagen können. Es ist deutlich stärker gepanzert als die anderen ultraleichten Kreuzer. Atlanta, Flint, Chouffon, die haben ja alle so ein kleines Kaliber. Und diese Schiffe, die wollen wir eben auch nehmen, um die Tokashi so ein bisschen zu vergleichen. Weil genau das eben die Liga ist, in der die Tokashi eben spielt. Das bringt mich dann schon zur Überlebensfähigkeit. Und da möchte ich, wie gesagt, so ein bisschen beleuchten die ultraleichten Kreuzer. Aber ich möchte da trotzdem auch so ein bisschen eintarifieren zu den ganzen Kreuzern, die auf der Stufe 7 existieren. Und wir haben hier 32.000 Trefferpunkte. Das ist richtig gut für eben ultraleichte Kreuzer. Wie eben schon gesagt, Atlanta, Flint und Chouffon und so weiter. Aber im Vergleich zu den ganzen anderen Kreuzern auf der Stufe 7 sind wir dann doch ziemlich weit hinten aufgestellt. Irgendwo so Platz 28, 27 von den Trefferpunkten her. Viele andere Kreuzer sind eben deutlich besser ausgestattet. Beim Torpedo Schadensverregungswert sind wir mit 13% aufgestellt. Das ist das Beste für unsere ultraleichten Kreuzer. Und das ist ein relativ durchschnittlicher Wert für viele Kreuzer auf der Stufe 7. Also kann man sagen, Überlebensfähigkeit ist auf jeden Fall ganz gut gegeben. Vor allen Dingen auch in Verbindung dann mit der relativ stabilen Panzerung für eben unsere ultraleichten Kreuzervarianten. Bei der Bewaffnung hat die Tokashi einiges zu bieten. Wir haben hier am Ende sechs Geschütztürme A2 hohe 127 Millimeter Kaliber. Drei Türme vorne, drei Türme hinten verteilt. Also immer sechs Granaten. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, da komme ich nämlich gleich zu den Turmdrehwinkeln. Diese Türme drehen sich alle sechs um 360 Grad. Das heißt, wir haben keine Probleme, selbst wenn wir stark manövrieren müssen, immer wieder Türme im Ziel zu haben. Es gibt zwar ein paar blinde Winkel, weil dann einfach aufbauten teilweise im Wege stehen. Es ist aber immer so, dass wir eigentlich regelmäßig vernünftig und schnell auf sich wechselnde Ziele oder manövrierende Ziele, selbst wenn wir dann selber Beschuss ausweichen müssen, eben wirken können. Bei den Werten, da sind wir so aufgestellt, dass die Ladezeit mit sieben Sekunden standardmäßig angegeben ist. Für Kreuzer eine relativ kurze Nachladezeit, für sehr leichte Kreuzer eher eine lange. Denn unser Atlant hat zum Beispiel 4,8 Sekunden, die Flint ist bei 5,1 roundabout, die Schupfung ist bei 6, irgendwas. Dann geht es schon weiter. Die 180 Grad Kirche, die lasse ich jetzt mal mehr oder weniger außen vor. Wir haben sehr schnell drehende, 360 Grad drehende Türme. Das ist einfach der Punkt. Und dann geht es schon weiter mit unserer Streuung. 127 Meter horizontal und vertikal sind 76 Meter. Bei einem Sigma-Wert von 2,0. Schiff ist also Kreuzergenauigkeit. Ist also recht genau. Mit einer Kampfentfernung übrigens von 13,6 Kilometer. Und damit haben wir den ultraleichten Kreuzer mit der größten Reichweite hier. Also die Atlanta ist bei 13,3. Und alle anderen sehr leichten Kreuzer sind dann da drunter. Hier mit der Tokashi haben wir dann Platz 1. Die HAI-Granate, das ist die Granate, die wir wahrscheinlich in den Gefechten am meisten benutzen werden. Hat 2150 Alpha Damage und 9% Brandwahrscheinlichkeit. Das sind beides absolute Spitzenwerte für diese Unterklasse sozusagen. 350 Alpha Damage Punkte mehr pro Granate im Vergleich zu unseren Amerikanern jetzt als Beispiel. Und auch bei der Brandwahrscheinlichkeit haben wir basismäßig 4% mehr als bei der Flint oder Atlanta. Die Durchschlagskraft ist mit 21 Millimeter angegeben. Gut, wir müssen halt gut ziehen oder halt hoffen, dass eben die Brandwahrscheinlichkeit zuschlägt. Und dann gibt es noch bei der Minderungsgeschwindigkeit zu sagen, dass wir mit 915 Meter die Sekunde eine etwas flachere Schussbahn haben, als jetzt zum Beispiel eben Flint Atlanta so hat. Das ist für mich als Spieler, der Schussbögen nicht so mag, etwas angenehmer auf jeden Fall. Reicht aber immer noch aus, um regelmäßig auch über Gelände rüber wirken zu können. Die AP-Granate ist hier auch nicht schlecht. Zumindest vom Alpha Damage Wert her haben wir 100 Alpha Punkte mehr als die restlichen sehr leichten Kreuzer. Wir haben hier Standardabbrallwinkel. 0 bis 30 Grad, keine Penetration möglich. 30 bis 45 Grad Chance auf Penetration oder eben Abraller. Wir müssen, wenn es dann zur Penetration kommt, 21 Millimeter Panzerung in einem Stück penetrieren, um dann den Zündverzöger von 0,01 Sekunde auszulösen. Da muss die Granate halt immer noch im Schiff sein, beim Gegner sozusagen. Und dann gibt es halt den Schaden, je nachdem, wo man dann da ist. Auf 13 Kilometer penetrieren wir bis zu 36 Millimeter Panzerung. Auf 10 Kilometer 47 Millimeter und auf 5 Kilometer ungefähr 100 Millimeter Panzerung, die wir da eben durchschlagen können. Am Rande erwähnt möchte ich natürlich auch die Sekundärbewaffnung 4x1, 120 Millimeter. Ist aber jetzt nicht die Bewaffnung, die jetzt hier zum Tragen kommt bei diesem Kreuzer-Typen. Es ist eher selten, muss man ganz klar sagen. Reichweite hier 5,6 Kilometer, naja, ist überschaubar. Weg würde eher sagen, wir springen mal zu der wichtigen Bewaffnung. Und warum sage ich jetzt, dass das wichtig ist? Wir haben hier bei der Tokashi zwei Dreifachwerfer Backboard ein, Steuerboard ein, mit 610 Millimeter Torpedos bestückt. Die Ladezeit beträgt hier rekordverdächtige 70 Sekunden. Das ist einfach mal mindestens 20 Sekunden kürzer, als das, wenn die anderen ultra leichten Kreuzer auf der Stufe so bieten. Und dann geht es schon weiter. Die Torbreichweite mit 12 Kilometer ist ebenfalls sehr stark. Zusammen mit dem Höchststand von 17.233, der Torpedogeschwindigkeit von mindestens 70 Knoten und der Erkennbarkeit zu Wasser von 1,6 Kilometer, die in Summe dann eine Reaktionszeit von 8,5 Sekunden beim Gegner ungefähr lassen. Und das ist noch nicht alles, denn diese Torpedos haben auch noch 287 Prozent Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. Ja gut, ist nicht ganz so stark wie das, was die Schofonk-Torpedos mit dem Tiefwasser können. Die haben ja 340 Prozent Formelwert, was dann gegengerechnet wird mit dem Einschlagspunkt und so weiter. Aber eins habe ich noch vergessen, wir haben hier einen Torpedo-Nachleidebooster dabei. Das heißt, wir können dann auch nochmal schneller Torpedos eben spammen. Und kleiner Spoiler zur Verborgenheit. Wir können hier natürlich verdeckt torpedieren, weil wir einfach nicht so weit aufgehen, wie wir torpedieren können. Also ich denke, das ist schon relativ stark, was wir da auf unserem Schiff verbaut haben. Und eine wesentliche Bewaffnung hier bei diesem Kreuzer. Zusammen mit der Hauptbewaffnung, HE-Raketen wollte ich gerade sagen, Granaten natürlich, ist das wirklich ein entscheidender Punkt, diese beiden Sachen vernünftig einzusetzen. Dann sind wir bei der Luftschlagbewaffnung. Und die ist zwar im Wesentlichen schon so, wie wir das auch erwarten können, 3400 Alpha Damage, eine Bombe. Aber wir haben hier nur eine verfügbare Fluggruppe. Viele andere Kreuzer haben zwei Fluggruppen. Das heißt, wir können uns nicht ganz so gut eben gegen U-Boote wehren, obwohl wir hier eine Hydroakustik dabei haben. Das heißt, wir machen sie auf und müssen dann auch ein bisschen hoffen, dass unser Team eben mitarbeitet. Bei der Flugabwehr, da stelle ich eine klare Schwäche fest. Wir haben den Vorteil, dass wir auf der Langstrecke sehr früh anfangen, mit relativ hohen kontinuierlichen Schaden zu wirken. 105 in dem Fall ungeskillt. Aber danach kommt eigentlich nichts mehr nach. Bei zweieinhalb Kilometer kommt 35 noch rum, bei anderthalb Kilometer kommt obendrauf nochmal sieben kontinuierlicher Schaden. Und das war's. Und dann gibt es dazu noch Granatenexplosionen von vier Stück zwischen dreieinhalb bis 5,8 Kilometer mit 1260 Alpha Damage. Das ist bestenfalls mittelfeldlich, wenn nicht sogar unteres Mittelfeld beim kontinuierlichen Schaden. Und dementsprechend sollten wir eher zusehen, dass wir dann uns unattraktiv für Gegner machen, also für gegnerischen CV, indem wir halt bei Gruppen sind oder eben sehr gut ausmanövrieren oder so eine Sachen. Ist aber bei der Länge des Schiffs nicht unbedingt einfach. Wir haben hier nämlich 185 Meter Länge und 16,5 Meter Breite. Wo wir eben aber gerade schon von außen manövrieren gesprochen haben. Wir sind hier mit 34,5 Knoten unterwegs. Das ist für unsere ultraleichten Kreuzer natürlich ein neuer Spitzenwert. Da sind wir einfach mal zwei Knoten schneller, als das was schon von Flint und Atlanta so mitbringen. Beim Wendekreisradius, da sieht es aber genau andersrum aus. Denn da sind unsere Kompagnons hier dann 140 Meter besser als wir. Und das zeigt, dass das Wenden und das Ausweichen gar nicht mal so einfach wird, wie man sich das vielleicht erhofft. Auch bei der Ruderstellzeit sind wir mit 8,8 Sekunden angegeben. Blind mit 8,4, Choupon mit 7,2. Die sind also auch in dieser Beziehung etwas besser als wir aufgestellt. Und erklärt halt auch so ein bisschen, warum wir relativ viel Trefferpunkte haben. Und eine relativ stabile Panzerung für einen sehr leichten Kreuzer. Dann kommen wir noch zur Erkennbarkeit zu Wasser. Auch da sind wir jetzt nicht gerade die allerbesten. Mit 11,8 Kilometer zu Wasser sind wir einfach mal 1,1 Kilometer weiter sichtbar, als das, was die Atlanta zum Beispiel mitbringt. Und 6,4 Erkennbarkeit zur Luft ist aber dann auf dem gleichen Niveau von unserem Vergleichspool. Hier so ein bisschen. Heißt aber, wenn wir hier auf Tarnung bauen, dann gehen wir eben auf 10,6 ungefähr auf. Und haben einen guten Speckgürtel von 1,4 Kilometern, um verdeckt torpedieren zu können. Die Verbrauchsmaterialien bei der Tokashi, die seht ihr hier unten eh schon eingeblendet. Ich möchte sie trotzdem mal ganz kurz durchgehen. Beim Schadensbegrenzungsteam nichts Besonderes. 5 Sekunden Wirkungsdauer, 60 Sekunden Ladezeit. Und dann kommen wir zur hydroakustischen Suche. Ist ja ein nettes Tool. Vor allem hilft es auch teilweise, die U-Boote eben aufzuklären. Gerade auch, wenn sie dann auf Maximaltiefe sind, können wir hier nämlich 2 Kilometer U-Boote aufklären. Ordnung von Schiffen 4 Kilometer, Ordnung von Torpedos 3 Kilometer. Und dann in Slot 3 eben der sogenannte Torpedonachladebeschleuniger. Das dauert also nur 8 Sekunden, dass die Torpedos gleich wieder nachgeladen sind. Wir haben 3 Aufladungen davon parat. Und damit auch mehr als die Chumphon, die übrigens als einziger anderer Kreuzer auf der Stufe 7 diesen Torpedonachladebeschleuniger überhaupt mit dabei hat. Und dann gibt es den Jäger, der uns einfach luftabwehrmäßig nochmal ein bisschen unterstützen soll. 3 Jäger in der Luft und so weiter. Ihr seht es ja eingeblendet und wisst, wie die ganze Geschichte funktioniert. Man muss dann natürlich sehr gut prädikten, dass der Träger jetzt zu einem Angeflogen kommt. Sodass man dann auch den Jäger rechtzeitig in der Luft hat, um da Unterstützung zu erhalten. In meiner ganzen Testfahrerei habe ich dann hier folgendes Bild für mich herausgearbeitet. Ich bin gefahren mit der Hauptbewahrungsmodifikation 1. Sützt mich einfach vor Ausfällen der Hauptbatterie und des Torpedowerfers. Dazu haben wir dann Schutz der Manövrierbarkeit. Antrieb und Steuergetriebe fallen weniger stark aus. Ist halt enorm wichtig für einen super leichten Kreuzer, dann hier auch immer den Antrieb und das Steuergetriebe noch zur Verfügung zu haben. Und in Slot 3 habe ich mit beidem experimentiert. Zielsystemmodifikation und Torpedowerfermodifikation. Habe mich jetzt hier eher für den Torpedo entschieden, weil wir da einfach nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit in die B-Star reinbekommen und dem Gegner noch weniger Reaktionszeit lassen. Und die Hauptbatteriegranaten sind schon relativ genau. Da machen die 7%, die wir dadurch bekommen, jetzt nicht den Kohl sonderlich fett. Und dann kommen wir in Slot 4. Da entscheide ich mich für die Antriebsmodifikation, um schneller beschleunigen oder verzögern zu können. Die Steuergetriebe-Modifikation bringt zwar Ruderstellzeit, hilft aber beim Wendekreis nicht groß. Und von daher ist das für mich die richtige Wahl. Bei den Signalen habe ich mich wie folgt entschieden. Zu einem Mal möchte ich natürlich meine Bewaffnung verbessern. Darum habe ich beide Brandflaggen, also Victor Lima in der X-Ray dabei und dann die Juliet Whisky Una One, um die Wassereinbruchwahrscheinlichkeit noch weiter nach oben zu pushen. Dann geht es weiter für mich mit der Sierra Mike Flagge für mehr Schiffsgeschwindigkeit. November Foxtrot, die Abklingzeit der Schiffsverbrauchsmaterialien, wird entsprechend reduziert. Und wir haben Sierra Bravo dabei, damit das Hydro einfach länger läuft. Und dann gibt es noch zwei Flaggen für mich. Einmal die Anti-Deto-Flagge, eine absolute Pflichtflagge auf diesem Schiff aufgrund der dünnen Panzerung. Und optional dazu kann man dann auch immer noch November Echo Set 7 mit draufpacken, um die Flugabwehr ein bisschen zu verstärken. Das ist zwar marginal, aber wenn man sie übrig hat, kann man sie und sollte man sie ruhig benutzen. Wenn man das Schiff dann wirklich freischaltet, dann gibt es dazu noch ein permanentes Bonus-Paket. Und da blende ich euch die Werte gerade ein. Das ist aber nichts Besonderes, also ist einfach nur der Vorstelligkeit halber, damit ihr das einmal gesehen habt. Das bringt mich dann zu meinem Kapitän. Und ein Tipp, wer den Suzuki-Kapitän hat und mein Bild nachbauen möchte, der bekommt dadurch nochmal ein paar extra Trefferpunkte mit oben drauf. Ich fange in der ersten Reihe oben rechts an mit letzter Anstrengung. Gehört auf so einen ultraleichten Kreuzer aus meiner Sicht auf jeden Fall mal mit drauf. Und dann haben wir hier den Beschussalarm drin. Ich bekomme eine Warnung, wenn ich beschossen werde und kann dann dementsprechend reagieren. Und flinke Ahle parkt mit rein. 5% mehr Torpedogeschwindigkeit bei den eh schon hohen Geschwindigkeiten der Torpedos. Das hilft halt nochmal richtig, die Reaktionszeit beim Gegner zu verkürzen. In der zweiten Reihe packe ich den Sprengmeister rein. Dadurch erhöhe ich halt die Brandwahrscheinlichkeit. Und dann kommen wir in die dritte Reihe. Und da habe ich doch eine ganze Menge ausgewählt. Schwere Spreng- und SAP-Granaten. Für mehr Schaden in der HE-Granate. Das hat eigentlich einen Malus, aber unsere Kanonen sind eben viel kleiner. Und deswegen gibt es den Malus bei uns eben nicht. Dazu gibt es die verbesserte Torpedo-Sprengladung mit mehr Alpha-Damage bei den Torpedos. Adrenalinrausch ist dabei. Dann Expert der Lebensfähigkeit. Und wir haben hier dann den Tarnungsmeister, den ich hier noch mit reingeskillt habe. So haben wir dann die 10,6 Kilometer Erkennbarkeit. Bei den Torpedos haben wir 19.800 Alpha-Damage. Und die HE-Granate, die ist jetzt nicht bei 2.100, sondern bei 2.365 Alpha-Damage-Punkten. Und das ist nochmal eine gute Steigerung aus meiner Sicht. Kommen wir zu meinen Vor- und Nachteilen bei diesem Schiff. Also als stark habe ich einfach empfunden den HE-Alpha. Habe ich jetzt ja schon ein paar Mal drauf hingewiesen. Und die sehr hohe Brandwahrscheinlichkeit. Gerade in Beziehung auch auf diese kleine Kaliber ist das schon ein sehr starker Wert. Natürlich, wenn man jetzt dann 203 Millimeter da rein nimmt, dann sind 9 Prozent standardmäßig jetzt nicht sonderlich hoch. Aber wir können ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern müssen schon Kaliber rein so ein bisschen unterwegs sein. Richtig gut gefallen tut mir auch die 360-Grad-drehenden Türme. Die haben wir immer schön schnell wieder im Ziel. Und dann natürlich die Torpedos. Die haben so viele Vorteile mit einem hohen Alpha-Wert, einem geringen Reload. Wir haben einen Torpedo-Nachleidebooster dabei. Ja, eine hohe Geschwindigkeit. Also eine ganze Geschichte. Und wir können die auch noch verdeckt einsetzen. Das ist aus meiner Sicht hier die Stärke bei der Tokashi. Und dann gibt es natürlich auch noch Nachteile. Und das ist einmal die Nachleidzeit der Hauptbatterie im Vergleich zu 127 Millimeter Geschützen. Die Reichweite habe ich jetzt mal so ein bisschen in Relation gesetzt. Für die ultraleichten Kreuze ist die Reichweite gut. Aber für Kreuze im Allgemeinen ist sie eben nicht so gut. Und wir müssen damit auf jeden Fall relativ nah ran immer zum Gegner. Wir gehen 10, 6 auf, können 13, 6 schießen, haben also drei Kilometer, wo wir auf- und zugehen können. Und das macht es teilweise auch relativ herausfordernd. Gerade wenn wir hinterher fahren müssen, ist das für uns ein Problem. Die Tokashi ist richtig gut und performt richtig gut, wenn wir kiten können. Wir fahren weg vom Gegner. Das sieht man auch bei den Torpedo-Winkeln. Nach vorne sind die nicht so gut. Nach hinten sind die richtig Sahne. Und das ist eben der Punkt. Dann haben wir eine Flugabwehr, die eher durchschnittlich bis mau ist. Eine Wendekreisradius ist mir viel zu hoch. Die Ruderstellzeit ist auch eher so la la für den leichten Kreuzer. Und die Verborgenheit, wie ich eben schon sagte, 10,6, sorgt am Ende nur für drei Kilometer Speckgürtel, was nicht sonderlich viel ist. Wir sind also auf unser Geschick und unsere Übersicht extrem stark bei der Tokashi angewiesen. Es ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Schiff, was für Anfänger geeignet ist. Man sollte in World of Warships schon einiges an Erfahrung haben. Aber wir erhalten diese Schiff für zweieinhalbtausend Dublonen und dann eben bis zum Ende beim Battle Pass dann durchgespielt haben. Was man aber so nebenbei mehr oder weniger mitmachen kann. Ich denke, dass diese zweieinhalbtausend Dublonen und eben die Anstrengung dahin auch durchaus wert ist, weil ich ja eigentlich nicht so ein Fan von diesen ultraleichten Kreuzern mit diesen Schussbögen bin. Die Tokashi hat mir aber irgendwie Spaß gemacht. Also von daher würde ich schon durchaus sagen, ist es ein lohnenswertes Ziel. Und wie gesagt, die Investition ist einigermaßen überschaubar. Ja, das ist eigentlich so mein Fazit für die Tokashi. Sie macht ein bisschen was anders als das, was wir schon haben. Wir haben halt hier keinen Nebel dabei und trotzdem weitreichende Torpedos und so weiter. Ich finde es eigentlich ganz erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind jetzt ein paar Gefechte, die ich damit gemacht habe. Auch schon bevor sie jetzt als Teststift gutgeschrieben wurde, sondern auch in der Version davor. Und von der Warte her würde ich jetzt auf jeden Fall mal nicht sagen, dass man das Schiff unbedingt haben muss. Man kann es auch durchaus auslassen, aber es ist auf jeden Fall einer der positiveren Schiffe in 2022. Aus meiner Sicht auf der Stufe 7, wenn man denn da überhaupt noch fahren möchte. Ich mag ja diese mittleren Stufen auch immer mal ganz gerne. Das soll es jetzt von diesem Video gewesen sein, von diesem Review zur Tokashi. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen liefern, um eure Entscheidung besser treffen zu können, ob ihr die Tokashi braucht oder eben nicht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr YouTube helft, mein Video zu finden, in dem ihr dem Algorithmus ein bisschen auf die Sprünge helft. Mit einem Daumen nach oben, einem kostenlosen Kanal-Abo, Glocke drücken nicht vergessen und dann auf alle Benachrichtigungen gerne einen YouTube-Kommentar da lassen. Das würde mich auch sehr freuen. Wenn ihr Bock habt, mit World of Warships anzufangen, könnt ihr diesem Kanal auch helfen, ohne dafür irgendeinen Cent in die Hand zu nehmen, indem ihr dann halt über meine Links, die ich unten in der Beschreibung habe, euren Account erstellt. Und sonst haben wir natürlich auch noch weitere Social-Media-Bereiche, wie zum Beispiel unsere Twitch-Livestreams, Facebook-Page, Discord und so weiter. Findet ihr alles da in dem Kommentar. Ich bedanke mich jetzt sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Möchte mich natürlich, wie immer, auch sehr herzlich bei meinen Kanalmitgliedern und auch bei Chronogramm bedanken, die und der uns immer im Hintergrund sehr stark helfen. Und ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.